Hallo, Benni! Hallo, da! Dankeschön! Ja, hallo! Herzlich willkommen! Nein, ich komme wirklich gerade aus dem Urlaub, ich kann da ein Lied von singen. Ich bin mit meiner Freundin in den Urlaub geflogen. Wir haben schön Erholung gehabt. Jetzt wird der eine oder andere zu Hause sitzen und sagen, wie, hä, hä, hä? Mit der Frau? Urlaub? Erholung? Hä, 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 hä? Ja, ist Quatsch, geht nicht. Also, es ist, nein, es ist nicht böse, liebe Frau, nein. Es ist ja, Frauen sind ja die Königin des Handgepäcks. Schon mal aufgefallen? Wir Männer haben ein Handgepäckstück. Die Freundin, komm mit, komm, 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 komm. Frauen haben 600 Handgepäckstück. Der ist riesengroß! Da habe ich zu meiner Freundin gesagt, wo müssen wir denn hin? Sagt die Frankfurt. Ich sage, ja, da sind wir ja. Welche Halle? Frankfurt. Ich sage, nein, 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 nein. Gate, hast du ein Gate? Frankfurt. Die wusste nichts. Selbst diese Ansagen bringen... ...